alia nur löhle du kommst du bist geil weiter geht's jetzt mal war mir in dieser lohn im gucken müssen die nicht im abgeben oder so sagen wir nicht bei mir nicht dann schauen noch mal immer noch musik von dämmer stehren machen die rutsche klimek zurück nach dem weg bist du altes aus da unten ist so über stadt immer ein klimek schön euch wieder zu sehen achten schon das ist ein aufstieg auf jeden fall weiß ich es zu schätzen hier in diesen lohn folgen und ohne gold ja danke auch so noch mal jetzt weil kunde die halle der toten bringe ein der spiegel zu all die sammacht und spieler gar nicht bei spiegel mit rente sapatino ja dann machen alle toten kommt noch mal einfach erkunden mal die halle der toten als nächstes mark hat man ja mark hat bürger und das ist mal nur was wissen wollen wir nicht weitermachen je nach zwei mittags müssen wir pasieren nicht nachschauen wie man wissen da weiter kommen wir sprüchten ich spüre den hunger in euch wie er an euch und durchläuft das wasser im munde zusammen ich habe ich auch auf tote und tote ich werde euch wegen dem was ihr seid nicht ich werde euch alles sagen was ihr vergessen was ist das wir haben wir hier gucken ein von akari verschiedene sägen was sie genau bringen weiß ich nicht ehrlich gesagt nicht eine ahnung ihr wart jung als ihr zum ersten mal menschenfleisch probiert habt nicht wahr ein bruder oder eine schwester war gestorben ein unfall natürlich dann überkam euch der hunger was konnte ein einzelner bissen schon schaden jetzt ist alles gut ihr habt eine freundin gefunden die euch versteht ihr könnt eure schuldgefühle ablegen viele von uns verdrängen die erinnerung an ihr erstes mal die scham ist zu groß aber ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken namira die herrscherin des verfalls nimmt euch so an wie ihr seid sie hat einen ort für uns wo wir unseren appetit stillen können ohne dafür verurteilt zu werden damit nichts zu tun obwohl ich lief in dieser ort in der windklippenhöhle aber die toten sind vor kurzem aus ihrem schlaf erwacht und ich wurde hier vertrieben trifft mich dort wir werden uns zusammen den weg zu namiras umarmung freikämpfen bis dahin sagt den leuten von mark hat dass ihre toten nicht mehr gestört werden wir haben größere pläne der geschmack des todes windklippenhöhle ja das denke man auch gerne sofort erstmal hin die ruse ach so wie ruhenlos berichten ok nochmal kurz hier gucken was hier noch ist wenn ich hier noch irgendwas ist da ist mir nix dann gehen wir raus ich habe eine schlüssel bei gehabt zufäll warte bisher oder wie ruhig ihr seid zurückgekehrt was ist in der halle der toten ist jetzt sicher die göttlichen mögen euch für eure heldentaten schützen wir werden die halle sofort wieder eröffnen hier nehmt mein amulett als belohnung mit von akai ok das war ein kleidung gesundheit um 10 punkte die bälle haben redekunst ja ist schon wichtig ist schon wichtig weil dadurch bekommt man auch zum beispiel bessere preise bei den händlern mussten mussten die windklippenhöhle dass wir hier raus ich kann nur noch nicht mehr reisen ach nee hier sind wir sind wir ach nee geh jetzt nichtprobiert mehr waren wir noch aber ja überall das haben wir schon verkehrt herum ich war schon lange nicht mehr sehr lange nicht mehr jetzt wieder ausgang wo ist der ausgang der tod noch kommen wir ja mark hat wie immer museum genau klaus durch ok so gucken wo die windklippen hülle noch mal war ich meine beim aus schon mal meine ich zumindest ich bin ich da auch irren ich habe großen respekt vor der schule der wieder museum hat doch falsch ist doch ich habe schon viel von euch ja 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 auch immer schön den himmel ja mach mal jetzt hier links glaube ich müsste der ausgang sein jetzt aber kommen muss die windklippen hülle war ich denn nicht an moment sind guck mal das ist nicht bis hier wieder im wohnen immer macht es klar die fische und kappen sagen ja man spielt viel später 18 hinweisen musen toten wissen der alten ja in das bräuchten zu ziehen im akademie um die akademie von münterpiste nach ihm als genug ist offen wie ihr seht da geschmack des todes ja lassen wir jetzt machen wir jetzt noch nicht aber einiges fertig schlecht wenn ich sehen lassen dann machen wir hier ihre zu beim und zurück über der denn der gute mal weg 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 in rift und wie es aussieht wird dann das macht man auch das gehen wir noch ab wo ist der gute mann in letzter splitterten plasch natürlich nenne die bis gehöre 80 schmied ist das ist ein salzer haben für seine schmiede die waren bestimmt schwierig zu beginnen mein geschäft gerettet und das herz eines alten schmieds erwärmt dafür danke ich euch bei 10 feuer ist die seite entfernt 1000 gold schön 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 lasst euch mal wieder blicken hat ja gelohnt diese quest brauchen wir die 10 feuer ist also ja will ich gucke eine sache kann man vielleicht noch machen ich beziehe ins komment von rift und ok das kommt vielleicht noch eben schnell machen wachst du ein brauerei willkommen erlaubt mir euch den schwarzen wenn ich jetzt hierunter und hierunter acht mal ein geldbeutel stehen machen noch mal anders gleich sprechen wird eine rechte gold naja hat schon mal keiner gemerkt wo himmelsrand woher bekommt ihr eures koma ich denke nicht dass ich euch das sagen sollte ich meine die könnten mich um ich würde mir was überreden er hat sich drüben im lagerhaus von rifton eingerichtet aber da werdet ihr nicht reinkommen seit kriegsbeginn haben die das lagerhaus verbarrikadiert wird ein schlüssel für das lagerhaus ich habe gehört wie boli gesagt hat dass nur der jahre den schlüssel zum lagerhaus hat wenn ich mich dort mit sartis treffe erwartet er mich normalerweise draußen mit seiner leibwache das lexikon nehmen ich kann mich von lexikon ich konnte das offenbar die erinnerungen ich halte sie nicht mehr aus bringt sie weg von hier zurück nach avanschen sehr ihr müsst mir das lexikon abnehmen bitte nehmt es jetzt so wurde ich mich nicht mehr als lexikon ihr müsst es nach avanschen sell im westen bringen bringt es ihnen wieder es muss dorthin zurück untergrund für tiefen ok das wollte man jetzt nicht machen machen aber natürlich auch noch ach so haben wir noch ok ich hätte es zurück lassen können ich hätte es wieder dorthin stecken können wo es herkam wenn jetzt mal ein paar kleinere quests wohl machen wir müssen mehr platz questliste reinbekommen ok 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 äh mach mal so ich bin schon nicht schneller noch eine dpa fürstin wenn man auch erst mal in kleinere questes bänden mit ein bisschen zu potte kommen wie gesagt mit den büchern welch nach und nachgucken abarbeiten wo sie sein könnte man mal im tippen machen jetzt play macht ihr eine ich hoffe dass die straße gut zu euch aber ich komme ein kleines guppchen entdeckt ja wir wissen von satis machenschaften im lagerhaus leider sind wir uns sicher dass er informanten in der stadtwache hat er ist uns bisher jedes mal entkommen wenn wir ihn festnehmen wollten wenn ihr euch jedoch dieser sache diskret annehmen würdet könntet ihr ihn vielleicht überraschen in ordnung ich mache es das ist der schlüssel zum lager versucht diesen gift händler zu schnappen und ihn zu überzeugen seine geschäfte dauerhaft aufzugeben in die küche mir noch so ein bisschen dran erinnern müssen nichts verraten wie es läuft und das funktioniert was wir machen müssen müssen die quest sein die kenne ich noch so einigermaßen hatten damals aber ich mache es mal schluss heute dann sehen wir uns die folge von skyrim ist ein schönes mitte